Das hier soll ein Proberaum sein, ok, dann kriegt man ja Angst, und kalt ist es ja auch. Wie mutrig riecht es, ja. Ich war hier mal als Kind, in diesem alten Fabrikgebäude, diese ganzen Treppen, die dann noch nach unten gehen, wenn ich lieber gehe, dann fühle ich mich hier so eingesperrt.